So I'd say you're bad kids, help you! We don't care! We don't care! We're impressed by things that we do! Everyday! Everywhere! We won't have a country to think that! We are fair! We are fair! We won't force an opinion on them! We don't care! We don't care! Yes, sir! Heute ist der große Tag, Peter. Was sagst du? Ich bin sehr begeistert. Meine Emotionen kann ich grad nicht so zeigen. Ich bin sehr begeistert. Weil ich die Füße nur noch hab. Weil ich das Matratze nicht aufrummen konnte in meinem Rücken. Das weh tut! Wir sehen jetzt zum ersten Mal die Clubstage. Unser Urteil viel zu klein. Zum ersten Mal in der Geschichte von Rock an Ring! Eine Band aus dem Siegern, dann ist das die Landpassung! Ich hab auch noch Kottel dabei, den könnten wir in der Mitte noch abspannen. Köttel? Köttel! 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 Ist der Schlag! Ach du Fickster! Wir zeigen das Kamm! Hallo und Kaffee, wie geht's heute? Hallo und Kaffee, wie geht's heute? Hallo und Kaffee! Seid ihr asozial? Hallo und Kaffee! Seid ihr gut drauf! Voll ihr Wettbewerb anstraschen! Verteilen wir ein paar! Wir sind hier Rock am Ring, Freie am verteilen! Das ist mein persönlicher Charme einfach, der das spielt. Und jetzt gebracht, jetzt gebracht, jetzt können wir zwei Grad ziehen. Auf der Kamera merkt man das nicht so. Wir fahren hier gerade mit 400 kmh. Guck mal da auf dem Skateboard, der Junge. Guck mal, der Junge. Wie cool hier alle sind. Wie cool hier alle sind. Und dann sind wir noch dabei. Hier sind nur coole Leute und wir. Hi! Habt ihr schon geöffnet? Aber ihr verschenkt nichts, ne? Ja, das ist das Geile als Künstler bei Rock am Ring. Man kriegt alles umsonst. Wir sind gerade auf dem Weg zur Bühne. Vor uns James Hetfield. Auch auf dem Weg zur Bühne. Der macht das immer so. Der ist genauso aus Amerika auch gekommen. Wenn die übers Meer, dann hängt der immer mit so einem Surfbrett hinter dem Schiff. Und ab da halt mit so einem Skateboard hinterm Auto. James Hetfield, meine Damen und Herren. Ja, mal gucken, ob hier irgendjemand Prominentes drin rumspringt. Ich hoffe ja schon. Oh, leider nur Tim Kleinen. Bild ab! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020